Noch jemand? Nein, danke. Noch jemand? Es ist nicht möglich. Öffne dich. So, dann würde ich sagen, ich bringe das einmal in die Stadt zurück. Ich bin sicher, dass du etwas findestellst, was dein Fancy verwendet ist. Du hast ein guter Eindruck. Hmm War jetzt nichts Schönes dabei Ich kann jetzt nach unten Zur Seite und nach oben Okay, jetzt mal zur Seite Tschüss Tja 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 Was ist das? Ich hieß die Fischer auch, Hasse. Kriegsamer E. dann auf da oben da ist ein opfer schrei da ist ein opfer schrei Das ist jetzt die Frage. Ich nehme den. Ein Pogen nutze ich auch so oft. Ich nehme den Pogen, ich nehme den Pogen. Das war's für heute. Okay, das war nicht der Weg, den ich gehen musste. Okay, mal gucken, was uns oben erwartet. Alter, jetzt treff doch den, Mann! Das hat in der Bitte aber besser geklappt, die kaputt zu schießen, wenn die auf dem Boden liegen. Link! Wie ich diesen Zauber hasse! Soll ich den Zauber und den Zauber und den Zauber und den Zauber und den Zauber. Ob jetzt auf der anderen Seite auch nochmal so ein Portal ist. Oh, toll! intensives rot 2.5L 2.1L 3.5L 4L 5L 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 6L für nix und wer nix hier runtergekommen wie es aussieht und das hat sich gelohnt und so frei machen jetzt komme ich oi zum glück war er nicht so stark wie der davor ich bin schon wieder voll aber auch nur weil ich alles mögliche einsammeln ich kann euch interessieren in eine belge? eine ring? oh gut! weiter schauen dann hmm Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Emma mal wieder was Gutes dabei hätte. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Das war's. Hilfe! Oh nein! Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. So langsam... So langsam könnte mal... Der Ort erscheint, wo ich durchgehen muss. So langsam... Da ist wieder ein Schrein. So langsam... Das war schon mal schön... Ich bin schon mal näher dran... Ich habe diesmal mal umgestellt auf öffentlich... Wollte mal gucken, was sich dann ändert... Mal gespannt... Vielleicht kommt da irgendeiner rein... Ich habe keine Ahnung, was sich da ändert... Das war's. 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 Dass du zeigen wie auch对 dich berlauteten. Das wissen Sie im Sinn im Sinn. Das war's. Sie wären nichts, sondern ein besútót westend Phone. But since you are here, I get it. Hmm. There is no one there. Feel your soul's primal fear. There is no one to save you now. Free will is nothing but a burden for you. Alles klar. You are ready. Man. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich bin gerade in irgendein Hauptmilieu gekommen. Geil. I need a breather. Geil. Surrender your mind to me. And I shall grant you powers beyond measure. Not right now. I got you down. I got you down. Get up. We will be unstoppable. I'm gonna catch my breath. I made it. I vanished a demon on my own. Damn, my powers are growing. And I still don't know what's causing them. Such power is meant to be contained within a mortal shell. Unless... Yes. I feel your potential. Something has unlocked it. But how? How? What are you? I am Miss Yance. My kind were created by the Primordials to protect their structures from evil. Without their guidance, we grew weak. I realize now that our failure was inevitable. The cult of the sleeper tainted Anankis forever. What do you know about this cult? They are part of an unholy pact known as the Covenant of the Blind. We believe it to be made of three Abbatu lords. Anameterasu, the sleeper. Ashtaros, the aberrant. And Ashod, the puppeteer. What are they? The...the abbatu? What are they? Torvaland Primordials, whose understanding of creation became absolute and twisted. Demons, as powerful as they are, are mere servants of these all-powerful beings. Demons. That doesn't sound good. What do they want? What did they do to Anankis? They are using it as a catalyst. Anankis is part of a primordial network. Two other similar ones are funneling energy towards the main structure. This...is where this ray of energy is heading. By draining the fear that invades the surface city, it fuels Anankis' core with a tremendous power. It then redirects it to the main structure. The earthquakes are nothing but energy bursts from the core as it crosses power thresholds. What will they do with it? We do not know. No. Okay. One problem at a time. First, saving Stormfall. How do I stop Anankis' core? Mizzians! How do I stop the bloody core? Rest in peace, Guardian. How do I stop? How do I stop? Hmm... Ich will erinneren, ich will erinneren. Nichts wird in meinem Weg stehen. ARD Text im Auftrag von Funk Das kann nicht beendet. Was war das jetzt für ein Leckkrage? Ich habe jetzt gerade instant schon wieder ein Level gemacht?